Eine Galanacht, die sich fast 700 Gäste in der Innsbruck-Kartoganer nicht entgehen lassen. Fernsehmoderator Max Mohr führt gelassen durch die Show, in der immerhin 20 Preisträger zu würdigen sind. Über 300 Arbeiten werden eingereicht, kein leichter Job für die Jury. Also es ist allgemein bei Kreativwettwerben so, dass die Leistungssicht sehr hoch ist. Das muss man auch wirklich die Tiroler loben, die Tiroler Kreativwirtschaft. Das sage ich ein bisschen mit Neid als Vorarlberger, steht da sicher ein bisschen über uns. Also da können wir uns ein bisschen was aus Tirol abschauen. Darum ist die Entscheidung sehr schwer. Die besten kreativen Köpfe des Landes sind meist jung und sie haben gute Ideen. Viele von ihnen haben an diesen Abend gewonnen. Wir alle wissen, was schlechte Werbung ist, aber was macht eine gute Werbung aus? Die muss beim Kunden ankommen. Die Werbung macht man nicht zum Selbstzweck, sondern dass irgendwas passiert dann auch. Und wenn man eine gute Idee hat und der Kunde oder der Adressat das entsprechend annimmt, dann ist das super. Und ich sehe immer wieder so extrem tolle Werbungen, wo ich mir denke, warum ist mir das nicht eingefallen? Erstmals in der Geschichte des Tirolissimo gehen gleich zwei Preise an Kreative aus Osttirol. Die Agentur Aberjung ist zwar im letzten Jahr nominiert, heuer klappt es aber dann. Ja, ich glaube, es zeigt einfach, weil wir generell im Raum Osttirol die Kreativwirtschaft ein bisschen ankurbeln wollen. Also uns vom Konkurrenzgedanken komplett verabschieden. Einfach schauen, dass wir die ganze Kreativszene fördern, dass man vielleicht mehr Aufmerksamkeit auch auf Osttirol einmal legt, dass dort auch innovative Unternehmen sein. Und ich glaube, haben wir einmal bewiesen, dass das möglich ist. Abräumer des Abends sind diese beiden. Die Agentur Zimmermann Pupp und ihr Kunde die Bäckerei Therese Mölk mit gleich fünf Preisen. Ich glaube schon, dass ich sehr viel mitgedatet habe. Aber natürlich ist es ein Gemeinschaftswerk. Also es ist nicht eine One-Woman-Show oder eine One-Man-Show, sondern es sind sehr viele Mitarbeiter beteiligt aus der Bäckerei. Es gilt ein Konzept zu erstellen. Mitarbeiter aus der Produktion, Geschäftsleitung der Bäckerei, aber natürlich auch von Zimmermann Pupp sind sehr viele Mitarbeiter involviert. Zimmermann Pupp ist die Agentur, die die meisten Werbepreise in Tirol eingeheimst hat. Der Platz wird langsam eng am Trophäenregal der Agentur. Ist es doch so leicht, Preise zu gewinnen. Es braucht nur drei Dinge für eine gute Kampagne. Das ist einmal gute Ideen, zum zweiten Mal mehr gute Ideen und zum dritten noch mehr gute Ideen. Und dann sucht man die Beste aus. Und das ist es. Der Junior Award geht dieses Jahr ins Unterland für eine Kampagne des Mützenherstellers Eisbären. Ja natürlich, das war eine sehr große Überraschung. Natürlich haben wir im Vorhinein schon gewusst, dass die Praktiken verlost werden, aber nicht, dass wir die heute gewinnen. Und jetzt, natürlich, das ist uns jetzt auf der Bühne gesagt worden, sind wir natürlich einmal sehr erfreut über das. Ist das jetzt dein Traumberuf? Ja, also bei mir total. Also ich bin Vollblut Grafiker eigentlich. Also ich habe meinen Traumberuf echt gefunden damit. In zwei Kategorien wird heuer kein Preis verliehen und zwar in der PR und im Online-Marketing. Ebenfalls nicht vergeben wird auch heuer der Grand Prix. Musik